Barcamps ist ein Raum, in dem viele zusammen können und ihr Wissen teilen. Und wer nichts weiß, der kann auch irgendwie helfen. Ja, dieses Jahr am Barcamp 2023 waren wir in Konstanz und wir waren eher ein bisschen weniger und dadurch musste ich Themen besuchen, die mich eigentlich gar nicht interessiert haben. Und was wollte ich sagen, es war so interessant und ich habe so viel gelernt und ich habe definitiv meinen Kreis von interessanten Themen erweitert. Meine Tochter war auch dabei, die hat jetzt einen 3D-Kopf von sich ausgedruckt und ist hin und weg und ja, total fasziniert. Und ich glaube, Faszination und Motivation sind auch die zwei Worte, die für mich diese ganze Barcamp so durchziehen. Ich staune sehr viel und ich spüre diese Begeisterung und die kenne ich eigentlich nur im Kontakt mit echten Menschen, mit direktem Kontakt. Ich kann mir viele YouTube-Videos anschauen zu wirklich interessanten Themen, aber was passiert, wenn Menschen wirklich live zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen? Ja, das ist doch nochmal was ganz anderes als YouTube-Videos. Und ja, dann gibt es natürlich immer leckeres Essen, angefangen von Frühstück, kleine Snacks, Mittagessen, Nachmittags. Also auch kulinarisch ist immer was dabei. Ich fühle mich von morgens bis abends komplett verwöhnt, aufgehoben, motiviert und ja, wirklich auch in der Verbindung mit den anderen und sage wie jedes Jahr vielen Dank und freue mich schon aufs nächste Jahr hier in Friedrichshafen an der Zeppelin University direkt am See.